Hey, hey, schön, dass du hier bist. Heute werde ich ein wenig durch dein Gesicht brushen und deswegen bin ich auch etwas näher an der Kamera, damit ich besser an dein Gesicht rankomme. Am besten ist es, wenn du dich gemütlich hinsetzt oder legst, einfach eine Position, die du als gemütlich empfindest und wo du ohne Probleme deine Augen schließen kannst, damit du vielleicht sogar einschlafen kannst. Ich werde immer ein wenig über dein Gesicht streifen, werde gar nicht so viel reden, damit du dich vollkommen nur darauf konzentrierst, wie ich dein Gesicht brushe. Ganz sanft, mal etwas schneller und mal etwas langsamer. Lass dich einfach voll und ganz auf die brushing sounds ein. Stell dir vor, wie ich mit dem super, super, super maligen Pinsel über dein Gesicht streiche, über die Augen, über die Augen, erst die Einseite, dann die Nase, die Wange, dann die Nase, schlafen, das Kinn, das Kinn. Dann gehe ich auch an den Ohr. Gefällt dir das? Ich hoffe, das ist angenehm für dich. Dann gehen wir rüber an die andere Gesichtshälfte von dir. Erstmal ans Auge. Ganz sanft. Dann die Wange. Zuerst weißt, die Wange. Das Kinn. Die Nase. Die Stirn haben wir ganz vergessen. Erst die eine Seite. Dann gehen wir rüber zur anderen. Erstmal. Okay. Nochmal die andere Seite. Ganz sanft. Ich hoffe, dass deine Augen schon ganz schwer werden und du ganz schnell einschlafen kannst. Stippe, stippe, stippe. Stippe, 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 stippe. Stippe, 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 stippe. Stippe, 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 stippe. brush 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 and Und wegbruschen. Wegbruschen. Weg, weg, wegbruschen. Wegbruschen, brush, brush. Schupp. Schupp, 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 schupp. Stipp, stipp, stipp. Tipp, 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 tipp. Jetzt werde ich mal mit deinem etwas feineren Pencil über deine Augen gehen. Du wirst den Unterschied aber nur hören. Ganz sanft über deine Augenlider. Lass sie schön geschlossen. Deine Nase. Die Wangen. Deine Nase. Die Skin, natürlich. Die Stirn. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. und das Kinn die Stirn genau, mal kurz an deinen Hals gehen es ist angenehm Hitschbandes an deinen Ohren waren wir gar nicht mit dem anderen Pinsel, das müssen wir aber noch machen bist du ready? ist angenehm die andere Seite schließ die Augen schließ die Augen und spüre wie der Pinsel ganz und ganz langsam über deine Augen gleitet es wandert zu deinen Wagen deine Ohren dein Kinn ich gehe ganz an über deine Lippen ganz an ganz vorsichtig jetzt gehe ich an deinen Hals ganz 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 Brush 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 Stupid 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 step schreit Jetzt nehme ich noch mal den anderen Pinsel und gehe die erste bei die eine Gesichtshälfte. Hör genau hin. Auge, Nase, Mund, Wange, Stirn, Ohren, andere Seite. Auge, Nase, Mund, Wange, Ohr, Kinn, Stirn. Jetzt mit beiden Pinseln. Ich verabschiede mich von dir und hoffe, dass du eine kleine Pinselbehandlung genießen konntest. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye, bye, bye. Ciao, tschüss, bye. Ciao, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020